Musik Jo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute wieder um Noto Horizon 2 Es wurde vor wenigen Minuten etwas gepostet zum Thema Spielrelease also die Druckdaten für diese CD-Verpackung die CD im Allgemeinen und das Inhaltsverzeichnis für das Spiel wurden gedruckt und das bedeutet, dass das Spiel auf jeden Fall jetzt bald am 10. November released wird Die Macher von Noto Horizon 2 haben auf Facebook geschrieben dass das Spiel am 10. November auf jeden Fall rauskommt Ich weiß, es gibt vielleicht ein paar Leute, die dann in die Kommentare schreiben Das haben die aber schon für den 28. September vorausgesagt Aber Freunde, jetzt sind halt die Druckdateien schon gedruckt Die CD ist schon so gut wie im Druck Das bedeutet dann, dass das Spiel halt jetzt in der Endphase ist Und dann in drei Wochen rauskommt Wenn ihr das Video heute seht, dauert es noch drei Wochen Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da Und freut euch auf die richtig geilen Noto Horizon 2 Let's Plays auf meinem Kanal Macht's gut, ciao Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau Tschau